So, herzlich willkommen zu unserem ersten inhaltlichen Blog zur Medienteorie für die Studiengänge MIB Medienteorie und BVB Kommunikation und Medien. Wir wollten ja wie angekündigt in unserer Einführung uns zunächst mal befassen mit der Frage, was ist überhaupt Medienteorie, beziehungsweise was ist Medienwissenschaft, auch im Sinne der Wissenschaftlichkeit. Und die erste Vorfrage, die wir uns heute vorlegen wollen dabei, ist, was ist denn eigentlich Wissenschaftlichkeit? Ob diese Wissenschaftlichkeit überhaupt bei den Medienwissenschaften erreicht werden kann, ist ja dann so eine Metafrage, die ja auch sehr kritisch diskutiert wird, auch geht es so ein bisschen in die Forschungsmethodik rein. Aber lassen Sie uns einfach mal gleich zu Beginn ganz grundsätzlich fragen, was ist Wissenschaftlichkeit? Und vielleicht hat ja jeder von Ihnen schon auch so ein bisschen eine Vorahnung oder so eine Idee, was Wissenschaft sein könnte. Ich meine, jeder von Ihnen ist mittlerweile im Studium auch schon ein bisschen fortgeschrittener und musste vielleicht auch schon mal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, eine Hausarbeit. Und die Frage, die sich nun stellt, ist eigentlich, was ist Wissenschaft? Was ist Ihr Zweck und was macht sie aus? Was unterscheidet sie von anderen Typologien oder anderen Phänomenen oder Weltanschauungen? Fragen Sie sich das einfach mal. Halten Sie auch gerne das Video immer wieder mal an, wenn ich eine Frage direkt an Sie richte. Versuchen Sie selber zu reflektieren, was Sie unter Wissenschaftlichkeit verstehen oder unter Wissenschaft. Diskutieren es gerne auch eben mit anderen, wenn Sie sich das Video zusammen anschauen und versuchen Sie erst mal selber für sich eine Standortbestimmung zu wählen. So, wenn Sie das Video jetzt wieder weiterlaufen lassen oder vielleicht auch gleich durchgelaufen lassen haben, würde ich ganz gerne Ihnen vielleicht ein paar Erklärungsversuche für die Wissenschaftlichkeit liefern, die allerdings auch aus etwas einer globalen, global historischen Sicht herauskommt, weil ich glaube, so lässt sich die Wissenschaft am besten erklären, nämlich daraus, wo sie herkommt. Und zwar können wir davon ausgehen, dass sich Menschen, die ja schon immer mit Heidegger eben in dem Moment, wo sie sich bewusst werden, schon auf die Welt geworfen sind und um sich herum alle möglichen Phänomene beobachten, dass es Tag ist, dass es Nacht wird, dass Ereignisse zum Beispiel wie ein Blitzeinschlag stattfinden, dass es sehr große Wasserlandschaften gibt, die Meere, dass es Phänomenologien jeden Tag gibt, die über die Sinne erfahren werden und dass daraus heraus der Mensch als Homo Sapiens, als Animalrationale, sich die Frage stellt nach dem Sinn dahinter oder nach der Funktionsweise dessen, was er um sich sieht. Warum tut er das? Weil der Mensch das einzige Wesen auf dem Planeten ist, nicht das ein Bewusstsein hat, ein Bewusstsein haben andere Lebewesen auch, aber wahrscheinlich ist das Animalrationale, also der Mensch das einzige Wesen, das sein Bewusstsein dauerhaft aufrechterhalten kann, also über einen längeren Zeitraum hinweg ein Ich-Modell von sich selbst konstruieren kann und sich gegenüber dann in Beziehung zu anderen Subjekten setzt oder zu anderen Objekten in seiner Umwelt. Und dieses dauerhafte Bezogensein auf das Ich-Bewusstsein dann diesen Stupor, wie die Lateiner sagen, dieses Staunen über die Welt und über das Sein in der Welt hervorruft. Und man kann mit guten Gründen annehmen, dass genau das die Triebfeder ist, die Neugier, das Staunen und das Erklärbarmachen auch der Welt. Übrigens getrieben auch durch Angst, durch die Erfahrung, dass natürlich die Umwelt feindlich sein kann, dass ich Schaden nehmen kann in der Umwelt auf meine Existenz bezogen und dass diese Angst, die ja ein Gutteil aus der Unsicherheit resultiert, ich nur dann beherrschbar mache, wenn ich mir die Dinge erklärbar mache. Und jetzt wissen Sie schon, worauf ich raus will, dass eben möglicherweise ein Ansatz, die Dinge erklärbar zu machen, dann eben die Wissenschaft ist, dass wir aber historisch natürlich auch aufgrund fehlender Erkenntnismethodiken in unserem wachsenden Weg hin zur Erkenntnis als Menschheit zunächst versucht haben, die Dinge uns zu erklären, ohne dass wir sie eigentlich erklären konnten. Und das ging dann in erster Linie über Mythologien, über Götterglauben und dann über das, was wir heute als Religion bezeichnen. Und viele Phänomene, die uns überirdisch oder unbeherrschbar erscheinen, werden wir dann einem herrschenden Überwesen zuordnen, also einer Gottheit, sei es der aristotelische Bewegergott oder sei es dann später der christliche Schöpfergott. Also mit dem Spruch Timor Fazideus, die Angst schafft die Götter, könnte man verkürzt vielleicht eine These aufstellen, woraus Religionen, Mythologien entstanden sind, auch entsprechende Kulte, die einerseits Ausdruck waren der Unbeherrschbarkeit und des Unverständnisses des Menschen gegenüber der Gottheit, also die Wege Gottes sind unergründlich, wenn man so will, man kann es nicht nachvollziehen, andererseits auch so eine Art aufgesetzte Beherrschbarkeit konstruiert wird, nämlich dadurch, dass ich einen Kult entwickle, eine Liturgie, die es mir ermöglicht, Götter zu besänftigen und damit mittelbar doch eine Art von Herrschaft auszuüben über die Phänomene, die ich mir anders nicht erklären kann. Nun, mit der Zeit, wie wir heute ja wissen, wie ich Ihnen auch nicht erklären muss, also wahrscheinlich mit der griechischen Antike, auf jeden Fall mit der Renaissance, wächst das Misstrauen gegen Phänomenologieerklärungen, die aus der Mythologie, aus der Religion erwachsen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, etwa das Erdbeben in Lissabon an Eilerheiligen 1755, wo die Menschen von den Steinen der Kirche erschlagen worden sind, gerade da, wo sie eben in der Kirche die Messe gefeiert haben. So etwas evoziert natürlich Fragen nach dem Sinn, ob der Götterglaube, ob die Religion tatsächlich einen wahren Kern hat oder ob nicht Zweifel angebracht sind. Und solche Zweifel mehren sich und die zunehmend aufgeklärten Menschen, die so etwa schon im 13. Jahrhundert auftauchen, also viele Historiker bezeichnen etwa Friedrich II., also den Kaiser Friedrich II. im 13. Jahrhundert als ersten aufgeklärten Menschen, als Stupro Mundi oder als ersten modernen Menschen. Dieser Zeit fängt an, der Zweifel zu wachsen, auch an der Dominanz der katholischen Kirche. Und es beginnt der Weg, den Weg auszuloten nach besserer Erkenntnis. Und jetzt sind wir schon auf dem Weg in Richtung der Wissenschaft. Ich kann sagen, dass sie so eigentlich ihre modernen Ursprünge in dieser Zeit finden, so im 13. und 14. Jahrhundert, also so im Beginn der Renaissance. Wenn gleich natürlich historisch, und dann machen wir einen vollständigen Abriss dazu, wir sicher sagen können, dass wissenschaftliches Denken in der griechischen und römischen Antike ihren Ursprung findet in der Philosophie, also in der Liebe zur Weisheit. Philosophie bedeutet ja nichts anderes als die Liebe zur Weisheit. Und dort finden viele auch heute noch gängige wissenschaftliche Disziplinen, wie die Mathematik, wie die Geometrie, ihren Anfang. Die Wissensmigration in den Orion will ich jetzt aus Gründen nicht so unbedingt besprechen, aber ein Grund für die Renaissance, und im Grunde so bezeichnen wir sie deshalb auch, ist sozusagen die Rückkehr des Wissens aus der Antike, beziehungsweise die Wiedergeburt im Oksident. Durch die Eroberung Konstantinopels 1453 migriert sozusagen das antike Wissen zurück nach Europa. Und die mannigfaltigen Gründe des Aufkommens von Aufklärung und Wissenschaftlichkeit in der Renaissance lassen sich kaum monokausal zurückführen auf ein, zwei Gesichtspunkte, sondern es ist ein Zusammenwirken vieler neu entstehenden Phänomenologien und Aspekte, das, was wir wirklich als Aufbruch in die Moderne bezeichnen können. Der Gutenberg-Druck ist natürlich, wie es immer vor kurzem gesagt wird, als die Möglichkeit des Verbreitens von Wissen natürlich ein markanter Baustein für Wissenschaftlichkeit, dass ich Wissen aufschreiben kann, dass ich es mehren kann, das werden wir uns ja im zweiten inhaltlichen Blog ausführlicher anschauen, aber auch so Dinge wie das korpagenikanische Weltbild, dass wir eben nicht im Mittelpunkt stehen, das Einstürzen des dreistöckigen Weltbilds der katholischen Kirche angesichts dieser Entdeckung von Kopernikus und auch anderen Astronomen, ebenso wie die Entdeckung Amerikas, die ja nun auch den Fokus wegwendet von unserer römisch-katholischen, europäischen zentralen Sichtweise, also der Ausblick sozusagen einer noch größeren Welt, die wegführt von dem Zentrismus von katholischer Kirche in Rom. Und auch der Niedergang, der wirtschaftliche Niedergang Italiens, der ja nun eingeläutet wird durch die Entdeckung US-Amerikas, in dem dann zukünftige Kolonialstaaten wie Spanien, Portugal und die Niederlande und später England dann wichtig werden und Italien eben sozusagen als damaliges Zentrum der religiösen, mythologischen Weltanschauung, dieses unwichtig werden dann eben auch im Prinzip ein Sargnagel war für die herrschende mythologische Weltdeutung. Gut, Reformation ohnehin auch, weniger weil Reformation nach vorne blickend war, Luther war ebenso ein Mystiker, der eigentlich auch nicht viel gehalten hat von modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das kann man nun jetzt wirklich nicht behaupten. Aber allein dadurch, dass wir ein Schisma hatten, dass wir eine Spaltung der Deutung hatten durch die Reformation und andererseits die katholische Kirche, entstand natürlich die Situation, dass Menschen nun jetzt sich fragen mussten, wenn wir zwei Meinungen haben, ja wer hat denn jetzt Recht? Vorher hatten wir so ein Deutungsmonopol und plötzlich haben wir zwei Denkschulen oder zwei Deutungshoheit beanspruchende Kirchen nebeneinander und das allein, ungeachtet dessen, wer jetzt Recht hat, wirft so ein bisschen das Fluidum des Gespaltenseins und vielleicht auch das Aufkommen der Frage, vielleicht hat ja keiner von beiden Recht. Und das ist auch etwas, was natürlich dann so etwas wie dem Entstehen von Wissenschaftlichkeit Vorschub leistet. Dann sozusagen die zweite große Welle, das, was wir als Aufklärung heute in der Historie bezeichnen, nach der Renaissance, wahrscheinlich mit dem Startschuss von René Descartes, vor allem über sein Werk Discours de la méthode, wo er zum ersten Mal wissenschaftliche Methoden zum Erkenntnisgewinn beschreibt. Das große Aufkommen des Empirismus durch die Empiristen wie David Hume, den sehen Sie jetzt hier in dieser Aufzählung nicht dabei, unter den aufgeklärten. Aber das ist im Grunde der Beginn des kartesischen Zeitalters, wie man es auch bezeichnet, also der Siegeszug des wissenschaftlich-technischen Zeitalters und der Beginn des Absturzes der katholischen und der Reformkirche zur Diaspora-Kirche, die sie ja heute weitgehend ist. Dann die Hochzeit der Aufklärung im Zeitalter von Voltaire, Adam Smith, Hume, jetzt kommt Hume doch, Immanuel Kant selbstverständlich, in Frankreich vor allem. Denis Diderot, der mit seinen Enzyklopädie-Bänden natürlich eine Revolution ausgelöst hat, also es wurde abends einfach nicht mehr die Bibel gelesen, sondern es wurden die Enzyklopädie-Bände gelesen, die jedes Mal bei ihrem Erscheinen eine Art Revolution, oder besser in Frankreich, eine Vorrevolution ausgelöst haben. So, und daher kommt dann natürlich diese Wissenschaftlichkeit, das heißt die Idee, dass wir eine bessere Kenntnis erlangen über Empirie, also über Erfahrungswissen und das dann in der Verschmelzung mit rationalem Erkenntnisgewinn, also der alte Streit zwischen Empiristen und Rationalisten, wie können wir Erkenntnis gewinnen, die einen sagen, indem wir sozusagen induktiv uns einzelne Beispiele anschauen und daraus dann Erkenntnisse gewinnen, Experimente, und die andere sagen, wir können uns eigentlich auch durch unsere Ratio, durch unseren Verstand Erkenntnisse erschließen, ohne dass wir uns dafür Experimenten bedienen müssen. Also, Paradebeispiel wäre etwa das Aufstellen der Relativitätstheorie, zuerst der speziellen und dann der allgemeinen Relativitätstheorie, durch einen Denker, der dazu nicht ins Weltall gereist ist, sondern der beim Patentamt in Bern nur Bleistift und Papier gebraucht hat, um Erkenntnisse zu gewinnen und Theorien aufzustellen. Das wäre sozusagen die Seite des Rationalismus. So, und jetzt haben wir schon beides beschrieben, was wir eigentlich brauchen. Wir benutzen eigentlich nur unseren Verstand und unsere Sinne, mit denen wir Empirie betreiben. Und zwar möglichst so, dass wir zu Erkenntnissen gelangen, die auch standfest sind, die nicht leicht umzuschmeißen sind. Und das begründe ich durch Methodik, durch ein methodisches Vorgehen. Also, die Ur-Methodik vom Vorschlag war sicher Discours de la méthode von René Descartes, 1637. Aber danach haben sich natürlich Methodiken immer weiter ausgefeilt und verfeiernert. Methodiken einmal zum Gewinnen von Erkenntnissen und auch zum Fortentwickeln von Erkenntnissen, die bereits gewonnen worden sind. So, also das wäre sozusagen der Weg, mal im Schweinsgalopp beschrieben, hin in der Menschheitsgeschichte zur Wissenschaft als Möglichkeit, Erkenntnis zu gewinnen, und zwar über die Phänomenologien, über das, was wir landläufig als Wahrheit bezeichnen. Gut, welche Wissenschaftsbereiche gibt es? Die allgemeine Typologie ist Ihnen wahrscheinlich geläufig, zumindest Teilbereiche, das wir unterscheiden in Naturwissenschaften, Technische, Humanmedizin, Agrar, Veterinär, Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften. Ich will mich an dieser Schubladen Erbsenzählerei jetzt gar nicht so sehr aufhalten, sondern Ihnen vielleicht nur kurz sagen, dass vor allem die Medien- und Kommunikationswissenschaften hier im Bereich der Sozialwissenschaften verortet werden, was keinesfalls zwingend erscheint. Gerade wenn Sie sehen, dass Vorläuferdisziplinen, Marshall McLuhan etwa kommt aus der Literaturwissenschaft, noch den Geisteswissenschaften zugeschlagen worden sind. Oder wir heute auch wissen natürlich, dass Kommunikation sehr viel zu tun hat mit Kognition und damit eigentlich auch in Bereichen der Hirnforschung hineinragt, also in diesen medizinischen Bereich. Von dem Hintergrund ist es eigentlich ein bisschen unklar, in welche Schublade wir die Medien- und Kommunikationswissenschaft typologisierend versuchen zu stecken. So eine Intratypologie innerhalb der Kommunikations- und Medienwissenschaft orientiert sich an diesen fünf W-Fragen, die zurückgehen auf Harold Dwight Leswell in der Leswell-Formel Who says what in which channel to whom with what effect? Und diese Fragestellungen, diese einzelnen werden jetzt jeweils Unterdisziplinen oder Forschungsfelder der Medienwissenschaft zugeschlagen und danach ergibt sich dann eine Differenzierung, die ich mit Ihnen gerne vielleicht so ein bisschen besprechen möchte jetzt. Also Kommunikatorforschung, Medieninhaltsforschung, Medienforschung, Medienanalyse und dann die beiden wohl am stärksten frequentierten, heute am stärksten frequentierten Disziplinen der Mediennutzungsforschung und der Medienwirkungsforschung. Wobei ich Ihnen auch schon gleich sage, wir entheben uns jeder Ambition, diese beiden Bereiche voneinander abzugrenzen. Das ist eher akademischer Natur und wird uns nicht so besonders viel bringen. Gut, also Kommunikatorforschung bezieht sich natürlich auf denjenigen, der kommuniziert. Also wir untersuchen in diesem Forschungszweig den Kommunikator. Das wäre etwa beispielsweise der Journalist, indem wir uns zum Beispiel fragen, nach welchen Kriterien entscheidet ein Journalist, was berichterstattungswürdig ist und was nicht. Das wäre jetzt etwa die Nachrichtenwertforschung, die man mit guten Gründen als Kommunikatorforschung bezeichnen könnte. Wir gucken uns vielleicht auch einzelne Zwänge an, die der Kommunikator unterliegt. Damit sind jetzt weniger psychopathologische Zwänge gemeint, als vielmehr phänomenologische, die aus dem Medium beispielsweise erwachsen. Oder in der Berichterstattung, dass ich heute nur einen bestimmten Zeitraum für Recherche habe, weil im digitalen Zeitalter ganz übermächtig das Be-First-Journalisten dazu treibt, sehr schnell ihre Berichte zu schreiben, was meistens zu Lasten von tiefer Recherche geht. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Blick, wenn man sich die Veränderung von Prozessen im Nachrichtenjournalismus anschaut. Auch das wäre aus meiner Sicht zumindest sicher bei der Kommunikatorforschung zu verorten. Dann gibt es die Medieninhaltsforschung. Medieninhaltsforschung sagt, wie der Name schon, eher am Medieninhalt an. Also das kann Inhaltsanalyse sein von bestimmten Medien, also auch die darauf fußende Ausformung nach verschiedenen Genres, ja, das, was vielleicht die Filmwissenschaften zum Guteil leisten. Aber auch Fragen eben der Existenz einer eigenen Medienwirklichkeit. Inwieweit kann man Medienwirklichkeit vielleicht auch abgrenzen von einer Realwirklichkeit? Geht beides ineinander über? Denken Sie etwa an die Immersionsforschung, die heute natürlich im Zeitalter der Virtual Reality beziehungsweise der Augmented Reality von ganz besonderer Bedeutung ist. Also ist das, was wir jetzt in der Virtual Reality sehen, im Prinzip eine Kumulation der Akzeptanz von Mediendarstellungen als real? Ja, das wäre so die zentrale Fragestellung. Kulminiert das mit dem technischen Fortschritt irgendwann, dass jetzt Sie sich natürlich noch im Klaren sind, dass Sie eine klobige VR-Brille aufhaben und Sie sich auch eigentlich nur ganz umständlich bewegen können in dieser eingeschränkten VR-Welt. Aber dass das möglicherweise mit technischem Fortschritt, mit Bedienen weiterer Reize, wie vor allem taktiler Haptikreize, möglicherweise zu einer voll realen Akzeptanz führt und damit die Grenze zwischen medialer Gegenwärtigkeitswahrnehmung und realer Gegenwärtigkeitswahrnehmung derart verschwimmt, dass im Prinzip beides kulminiert in einer Existenzrealität. Ja, das wäre jetzt eine Frage, die zugegebenermaßen etwas medienteoretischer Natur ist und medienphilosophischer Natur. Gut, also die Ausdifferenzierung nach Genres sehen Sie hier. Phänomenologie von Einzelmedien kann man sich eben auch anschauen. Jetzt Medieninhaltsforschung in einem etwas weiteren Feld. Da würde ich Ihnen gerne ein Beispiel machen, ein aktuelles, einer Studie, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Professor Hofacker aufgesetzt habe vor zwei Jahren. Und zwar ging es dort um die Frage, inwieweit ARD und ZDF vor der Bundestagswahl im Rahmen von Sendungen zum politischen Zeitgeschehen möglicherweise, zumindest mittelbar, Einfluss genommen haben auf den Ausgang der Bundestagswahl beziehungsweise auf Wählerpräferenzen. Und der Anlass dafür erwuchs aus einer, eigentlich im Grunde daraus, dass im Nachgang der Bundestagswahl, und zwar im unmittelbaren Nachgang der Bundestagswahl, starke Kritik an ARD und ZDF geübt worden ist, dass sie durch die Art und Weise der Themenfokussierung etwa der AfD hinsichtlich ihrer Agenda in die Hände gespielt habe oder auch überproportional das Thema Migration, Sie erinnern sich, das was als Flüchtlingskrise oftmals apostrophiert war, 2015, in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ich will Ihnen ganz gerne hierzu erst mal ganz kurz ein Video zeigen. Guten Abend und herzlich willkommen zur Berliner Runde der Parteivorsitzenden beziehungsweise Spitzenkandidaten der zukünftig im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Jetzt bitte ich Sie, mir meine Frage zu beantworten. Steigen Sie dann baldmöglichst aus dieser Regierung aus, die Sie sehr scharf kritisiert haben gegenüber der Kanzlerin? Heißt das, Sie ziehen Ihre Minister dann bald ab? Ich wäre dankbar, wenn ich meinen Gedanken zu Ende führen kann. Es reicht, wenn man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ständig irgendwelche sonstigen Lektionen erteilen bekommt. Jetzt führe ich mal meinen Satz zu Ende. Das durfte ich bei anderen Gelegenheiten nicht, mit Ihrer tätigen Mithilfe. Heute kann ich das machen. Wir werden zu dieser Regierung des Widerspruchs in Opposition gehen. Ich habe eben im Willy Brandhaus erklärt, die Zusammenarbeit von CDU, CSU und SPD ist mit dem heutigen Tag beendet. Herr Frey, jetzt haben wir eineinhalb Runden ohne mich diskutiert. Ich will Ihnen jetzt schon noch mal sagen, erstens, was mich überhaupt ärgert an dieser Art der Diskussion, wie das leider in den letzten Wochen häufiger der Fall war. Als ob es jetzt am Abend der Wahl des neuen Deutschen Bundestages nichts anderes gibt. Die Hälfte der Sendezeit beschäftigt sich jetzt schon wieder nur mit der AfD. Die Hälfte der Sendezeit nur mit der AfD. Ich wollte gerade noch was anderem fragen. Ja, aber das ist ein völliger Unwuch. Und da kann ich Ihnen nur sagen, darüber wird in der nächsten Woche auch noch zu diskutieren sein, in welchem Ausmaß die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in den letzten Wochen massiv dazu beigetragen haben, in der Tat nicht die AfD klein zu machen, sondern groß zu machen. In einer Art und Weise der Diskussion, die wirklich völlig fehl am Platz ist. Ich will jedenfalls mich um die Zukunftsprobleme dieses Landes kümmern, so wie andere hier an diesem Tisch auch. Da gehört natürlich auch die Auseinandersetzung mit der AfD dazu. Aber die AfD ist nicht das alleinige und nicht das maßgebliche Zukunftsproblem dieser Bundesrepublik Deutschland. Damit können Sie sich auseinandersetzen. Aber wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Wählerinnen und Wähler, die hier aus Enttäuschung, wie ihre eigenen Analysen vorhin gezeigt haben, die aus Enttäuschung weggegangen sind, wie wir die wieder für die demokratischen Parteien gewinnen. Ja, Herr Herrmann, heute Abend mit dem Finger auf die öffentlich-rechtlichen zeigen, das ist eigentlich ein bisschen schwach. Und außerdem sind sie ja alle auf dieses Thema eingestiegen. Und wir würden es jetzt auch gerne... Wir würden es jetzt auch gerne verlassen, weil es die jetzt unsere Freunde sind, Herr Herrmann. Die Leute in der Diskussion hätten ja was anderes ansprechen können. Darf ich die nächste Frage stellen? Frau Bundeskanzlerin, Entschuldigung, wir wollen über die Möglichkeiten, eine Regierung bilden, zu sprechen noch. Ich glaube... So, wollen wir das hier vielleicht mal genügen lassen? Also es gibt da noch weitere Sendungen. Einen Tag später lief dann bei Hart, aber fair eine Sendung, in der ganz massiv nochmal die Kritik erneuert worden ist, dass vor allem die Themenfokussierung auf Migration, auf Flüchtlinge oder Geflüchtete in der Bundesrepublik viel zu thematisch überzogen gewesen sei. Auch der Vorsitzende des Kulturrates hat diese Kritik geäußert. Und das war dann Anlass eigentlich für uns, für Frau Hofacker und mich, zu fragen, wie könnte man denn sowas mal untersuchen, medienwissenschaftlich, dass man einfach mal schaut, war das wirklich so? Haben ARD und ZDF vor der Bundestagswahl wirklich zu viel oder zu häufig Migration in den Vordergrund gerückt und sind andere wichtige Bundestagswahlthemen dafür dann etwa etwas an den Rand geschoben worden? Wie kann man sowas untersuchen? Und vielleicht machen wir das wieder mal, dass Sie einfach jetzt überlegen, Sie können das Video anhalten und überlegen sich einfach mal, entweder selbst legen Sie sich für sich die Frage vor oder diskutieren es mit anderen. Wie kann man denn sowas methodisch untersuchen, dass man möglichst ohne Verzerrung Aufschluss darüber erhält, wie viel ARD und ZDF thematisch gewichtet haben, dem Thema Migration gewidmet haben und wie viel anderen Themen. Überlegen Sie mal. So, und wenn Sie jetzt das Video durchlaufen lassen wollen oder Sie es jetzt wieder gestartet haben, kann ich Ihnen mal vorstellen, den Weg, wie wir es gemacht haben. Wir haben es erst mal über eine bestimmte Sendungsauswahl gemacht. Sie müssen erst mal schauen, was Sie bei ARD und ZDF untersuchen wollen. Und wir haben uns vier Kategorien von Sendungen angeschaut. Also einmal Polit-Talks, Polit-Magazine, Dokumentation und dann natürlich die direkten Wahlsendungen, die ausgestrahlt worden sind. Der Zeitraum war relativ klar zu fokussieren, weil im Sommer ARD und ZDF immer eine Sommerpause macht. Die ging so etwa bis Ende August. Und dann hatte man so einen Zeitraum vom 24. August, glaube ich, bis vor der Bundestagswahl. Das waren so gut vier Wochen. Und in diesen vier Wochen ergaben sich dann diese Sendekategorien. Wir hätten dazu auch noch Wirtschaftsmagazine auswerten können, wie Plus Minus oder Wieso im ZDF. Aber das schien uns dann zu verbraucherschutzlastig und zu wenig Wahlkampf orientiert. Haben das deshalb inhaltlich rausgelassen. Auch eher von Tagesaktualität dominierte Sendungen, wie heute Sendungen, Tagesschau, haben wir nicht untersucht, sondern wirklich solche Sendungen, die rein orientiert waren auf die Bundestagswahl, plus die Politmagazine, die in dieser Zeit auch eine starke Bundestagswahlausrichtung aufgewiesen haben. Und so kamen wir dann insgesamt auf diese 56 Sendungen. Und die haben wir jetzt angeschaut und anschauen lassen durch geschulte Prüfteams, die dann jeweils die einzelne Sendezeit, also die Sendenzeiten, zugeordnet haben bestimmten thematischen Sujets, die Sie hier sehen. Da wurde dann eingetragen in Kommastellen, wie viele Sendeminuten wurde jetzt etwa gesprochen über Migration. Auch mit Sub-Sujets sehen Sie, hier haben wir dann gearbeitet, Zuwanderung, Integration, Entwicklungshilfe, haben wir der Migration zugeordnet. Und so ergab sich dann eben ein Raster, wo wir hinterher sagen konnten, von der Gesamtsendezeit wurde so und so viel über dieses gesprochen und so und so viel thematisch dem anderen Thema gewidmet. So die Methodik ist dann in Detail doch sehr schwierig und sehr ausgefeilt, weil sich natürlich immer mehr Fragen gestellt haben, auch während Testsichtungen. Was nimmt man mit rein in die Zeitauswahl? Also zum Beispiel auch Klatschen oder Begrüßung zu einer Sendung. Wollen wir Doppelkategorisierungen vornehmen, wenn es zu Themenüberschneidungen kommt? Also wenn innerhalb einer Minute so oft verschiedene Themen durcheinander geworfen werden, dass Sie dann einfach sagen, für diese Sendeminute mache ich sowohl beim Thema Migration als auch beim Thema innere Sicherheit jeweils eine Minute ins Codebuch? Oder wollen wir Doppelkategorisierungen vermeiden? Das waren so Einzelfragen, die sich sofort methodisch gestellt haben und die Sie natürlich jeweils, wenn Sie es wissenschaftlich untersuchen, auch offenlegen müssen. Wenn Sie dann hinterher in der Studie Ihre Methodik beschreiben, müssen Sie solche Dinge auch mit den Gründen, warum Sie es so gemacht haben, darlegen, weil ansonsten Sie eigentlich schon den Pfad der Wissenschaftlichkeit dann im Grunde verlassen. Nun, ich bin jetzt kein Freund von, davon vorgefertigte Methodiken, die bereits in der Wissenschaftstheorie ausgearbeitet sind, einfach zu nehmen und sozusagen schablonenhaft auf eine Studie draufzulegen, sondern ich bin der Auffassung, dass man jedes Mal individuell, je nach Studienausrichtung und Studienzweck, dann auch eine individuelle Methodik schaffen muss, die aber dann natürlich auch angreifbar bleibt. Also auch hier, das würde ich jetzt ganz gerne hier mal kurz überspringen, nach Zeitgründen und gleich zu einem Gesamtauswertungsergebnis kommen, weil hieran kann ich Ihnen, glaube ich, ganz gut zeigen, wie schwierig das ist, jetzt hier von einer sauberen Methodik zu sprechen, beziehungsweise die Kritik frei aufzulegen. Sie sehen das, dass das Ergebnis unserer Untersuchung war, dass etwa von allen ausgewährten Sendungen, von 56 Sendungen, 11,63 Prozent Migration war. Und nach den übrigen Themen-Sujets, die Sie hier sehen, haben wir dann entsprechende Zuordnungsprozentzahlen, die so einen Kuchen geben, der auf den ersten Blick, also prima vista, eigentlich sehr ausgeglichen aussieht. Jetzt lässt sich das aber wiederum methodisch angreifen und anzweifeln, dieses Ergebnis, nämlich zum Beispiel mit der Frage, ja, was habt ihr denn jetzt in das Fach Migration geschoben und was habt ihr in das Fach Innere Sicherheit geschoben? Dem kann man noch so ein bisschen Herr werden, indem man Unterthemen macht, wie ich es Ihnen gerade vorhin gezeigt hat, indem man dann klar macht, zur Migration gehört für uns auch dann das Thema Entwicklungshilfe, das gehört nicht zur Außenpolitik. Wenn man gleich mal auch hier dann wieder streiten kann, warum macht er das Subthema jetzt da rein und nicht in eine andere Oberkategorie? Das macht es also auch methodisch angreifbar. Und darüber hinaus kann man schon streiten über die Kategorienbildung an sich, also Außenpolitik ist ja thematisch schon ein viel breiteres Feld, als es Migration ist. Also Migration ist ja schon thematisch von der Phänomenologie her viel enger. Es befasst sich eigentlich im Grunde nur mit der Flüchtlingskrise und ihrer Auswirkung 2015. Wohingegen Außenpolitik ja etwa Donald Trump Politik umfasst, also die US-amerikanische Politik in Bezug auf Deutschland oder die Bedrohung von Nordkorea oder andere Phänomenologien. Es ist also eine viel breitere Phänomenologie. Insofern könnte man sagen, dadurch, dass es nur so ein kleines spezifisches Feld ist, die Migration, ist 11,63% schon verdammt viel. Weil also gerade wenn Sie es mal vielleicht vergleichen mit dem Bereich Gesundheit, man sagt so ein Spezifikum eines Einzelthemas verglichen mit dem ganzen Feld der Gesundheit, wo wir jetzt heute aus unserer heutigen Erkenntnis sagen, eigentlich unglaublich, dass so etwas ein geringes Thema bekommen hat. Und genau in diese Legislaturperiode fällt jetzt ja nun die Covid-19-Zeit, in der wir uns gerade alle befinden. Dann könnte man auch wieder sagen, naja, vergleichsweise für dieses thematisch sehr enge Feld sind 11,63% viel. Also Sie sehen schon mal, die Ergebnisse, so klar sie erst mal scheinen, sind eigentlich im Grunde interpretationsoffen, dadurch, dass man je nachdem, wie man die einzelnen Kategorien liest oder sie für vergleichbar überhaupt hält, man unterschiedliche Rückschlüsse ziehen kann. So und Sie sehen jetzt, was ich vorhin meinte mit Untersujets. Jetzt kann man hier eben sehen bei Außenpolitik, wie viel wurde insgesamt gesprochen über Donald Trump und USA und wie viel wurde um Erdogan Türkei gesprochen. Das Gleiche haben wir mit der Migration gemacht. Und hier jetzt das, was ich gerade schon angesprochen habe, kann man natürlich darüber streiten. Entwicklungshilfe, soll man das der Migration zuordnen, ist das eher ein Thema der Außenpolitik. Wir haben halt in der direkten Auswertung gesehen, dass doch, wenn über Entwicklungshilfe gesprochen wird, dann meistens im Kontext der Prävention zukünftiger Migration. Und deshalb haben wir es dann eben in dieses Themenfeld geschoben. Aber auch sehen Sie bei inneren Sicherheiten. Man kann auch überlegen, ob man sagt, Islamismus, Terrorismus sind Artverwandt mit Migrationsproblematiken. Man könnte das hier eben auch reinschieben. Insofern kann man dann methodisch eigentlich, ich spiele jetzt mal Advocatus Diaboli, auch sagen, die Methodik scheint zwar immer hinterher in diesen Diagrammen sehr wissenschaftlich, sie ist aber auch gleichzeitig immer angreifbar in dem Sinne, dass man es auch hätte ganz anders machen können von der Kategorienbildung und bekommt dann auch ganz andere Kuchendiagramme. Nun, wo es vielleicht als letztes noch zur Studie hierzu ist denn der Eindruck entstanden, dass so viel über Migration gesprochen wird. Das kann natürlich auch so ein Bias, kann natürlich auch so eine Verzerrung dadurch sein, dass die meisten Menschen ja nur die fünf meistgesehenen Sendungen gesehen haben. Wenn wir uns jetzt die anschauen, ganz vorneweg das TV-Duell und die Sendung danach, Anne Will, dort ergeben sich natürlich ganz andere Prozentzahlen. Dort wurde natürlich, wenn Sie sehen hier, über Migration fast über ein Fünftel der Gesamtzeit gesprochen. Und sowas prägt natürlich, wenn das die reichweitenstarken Sendungen sind, natürlich dann auch den Eindruck, dass insgesamt ARD und ZDF zu stark, vielleicht migrationsdominant dieses Thema besetzt haben. Das ist sozusagen etwas, was man, denke ich, aus der Studie doch relativ gut sehen konnte, indem wir uns dann eben Einzelsendungen anschauen. Wenn Sie sich allein das TV-Duell Merkel-Schulz angucken, ist der Prozentanteil noch größer. Also da wurde fast exakt ein Drittel der Gesamtzeit nur über Migration gesprochen. Ja, und wenn jetzt die meisten Menschen und vielleicht auch Politikerinnen und Politiker in erster Linie nicht 56 Sendungen sehen bei ARD und ZDF, sondern nur diese, dann entsteht halt dieser Gesamteindruck, Sie haben das Thema Migration redaktionell-journalistisch übergewichtet. So, also ich will so ein bisschen die anderen Ergebnisse, die auch interessant sind, überspringen, um Ihnen vielleicht noch so einen anderen Aspekt zu zeigen. Was kann Medienwissenschaft noch bedeuten und wo wird es dann sehr schnell diffus? Also auch nicht so exakt wie Naturwissenschaften vergleichsweise vermeintlich sind, wenn wir dort exakte Messungen mit exakten Instrumenten vornehmen. So ist es in der Medienwissenschaft halt eben nicht. Zum Beispiel bei der Frage, ob Moderationsfragen möglicherweise den Diskurs, auch den politischen Diskurs mit beeinflussen, dadurch, dass diese Moderationsfragen suggestiv sind. Ich zeige Ihnen auch hier nochmal ein Beispiel, was ich damit meine. Herr Meuthen, die AfD ist zum ersten Mal im Bundestag vertreten. Sie sind auf Anhieb die drittstärkste Partei geworden. Zum ersten Mal eine Partei rechts von der CDU, CSU im Deutschen Bundestag. Was haben Sie sich für diese Arbeit im Bundestag vorgenommen? Krawall und Populismus wie bisher oder wollen Sie eine konstruktive Opposition sein? Ihre Frage insinuiert ja, dass wir bis jetzt Krawall und Populismus gemacht hätten. Also Sie sehen, was ich natürlich hier vor allem fokussieren möchte, ist die Frage des Journalisten beziehungsweise des Moderators, die suggestiv unterstellend und auch wertend eine Ausrichtung der AfD auf Krawall im Prinzip unterstellt, insinuiert. Da wird man schon sagen können, also jetzt ungeachtet dessen, was man politisch von der AfD hält. Darum geht es mir jetzt hier eigentlich gar nicht. Das hätte jetzt auch eine andere Partei sein können. Wir haben auch in der Studie dann herausgefunden, dass es solche Suggestivfragen natürlich auch in Bezug auf andere Angehörige anderer Parteien gibt. Ich will auch gar nicht sprechen über die journalistische Legitimität dieser Fragetechnik. Das kann auch durchaus journalistisch legitim sein. Aber wir wollten einfach mal untersuchen, wie viele, anteilmäßig, wie viele Moderationsfragen sind eher suggestiv wertend und zwingen natürlich dann auch den Befragten, wie hier den Politiker Jörg Meuthen, erstmal in Apologie, in Verteidigungshaltung. Also das, was Sie da gerade unterstellen, das stimmt gar nicht. Also man kann gar nicht auf die Frage antworten. Man muss erstmal sozusagen den damit mittransportierten Vorhalt erstmal entkräften. Und in wie viel Prozent der Fragen sind es objektive, sachlich neutrale Fragen? Das kann man untersuchen, das haben wir auch untersucht und kam dann so zum Ergebnis für diese 56 Sendungen, dass wir so etwa einen Anteil von einem Viertel hatten, wo die Fragen eher deutendes Framing, also Suggestivfragen waren. Aber auch hier jetzt wieder interessiert uns ja in diesem ersten Block nur, wie macht man sowas methodisch? Also es geht ja auch nur, indem Sie dann die Frage erstmal ausfiltrieren aus diesen Sendungen und diesen Fragen dann hinterher einer Präwertung unterziehen, ist das jetzt suggestiv oder nicht. Auch da kann man im Zweifel natürlich immer wieder das hinterfragen, ob das schon suggestiv deutend ist oder noch sachlich neutral. Gerade wenn Sie an die Vielzahl möglicher semantischer Wendungen denken in Fragestellungen, ist schon diese Vorfrage, was ist denn jetzt suggestiv und was ist sachlich neutral, schon wieder gar nicht exakt im Sinne eines wissenschaftlichen Instruments. Und wenn schon die Vorfrage nicht exakt ist, dann determiniert wieder diese Offenheit der Vorfrage auch schon meine Ergebnisse, die ich am Ende rausbekomme. Und da kann man sich dann natürlich auch kritisch die Frage vorlegen, inwieweit Medienwissenschaft überhaupt Wissenschaft ist. Also inwieweit Medienwissenschaft überhaupt über Methodiken verfügen kann in diesen Bereichen, die einen hinreichend zweifelsfreien Erkenntnisgewinn liefert. Also das kann man kritisch, wissenschaftskritisch hinterfragen. Ich will jetzt nicht auf die generelle Wissenschaftskritik etwa von Popper aus, der ja ohnehin die Wissenschaftlichkeit von Wissenschaft hinterfragt. Aber trotzdem muss man sich gerade im Bereich der Kommunikations- und Medienwissenschaften immer wieder das kritisch vorlegen. Das gilt auch für die Medienanalyse. Jetzt kehren wir zurück aus diesem Exkurs und schauen uns an, was es noch gibt. Natürlich können Sie auch Medien als solche, also nicht Medieninhalte, sondern Medien als solche sich anschauen, um etwa zur Frage zu kommen, was sind Medien überhaupt? Das klären wir ja auch in einem der nächsten Kurse. Machen Einzelmedienforschung, vergleichen unterschiedliche Medientypen oder Mediensparten. Das wäre alles in diesem Bereich zu verorten. Und dann gibt es noch die beiden Disziplinen, die viele als Königsdisziplinen ansehen, Mediennutzungsforschung, wo man in erster Linie die Rezipienten schafft, also diejenigen, die die Mediennutzung in den Blick nimmt, etwa auch getrieben aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, also Marketingforschung und dergleichen mehr. Und die Medienwirkungsforschung. Wie wirken denn Medien jetzt auf die Menschen oder auf die Gesellschaft im Gesamten? Also hier wird man vielleicht auch jetzt aktuell sich überlegen müssen, wie wirkt jetzt vielleicht ein gewachsener Medienkonsum in dieser Zeit der erzwungenen häuslichen Aufenthalte, langen häuslichen Aufenthalte in der Covid-19-Zeit auch zu einer verstärkten Medienkonsumsnutzung? Wie wirkt sich das aus auf den Menschen, auf den Habitus? Wobei es immer schon schwer ist zu sagen, wie wirkt sich das auf den Menschen aus? Wir sind ja heute eine sehr individualisierte Gesellschaft, die ja schon auch wieder die Frage, die kritische Frage aufwerfen kann, inwieweit kann man Wirkungsforschung überhaupt betreiben, wenn jeder Mensch ganz individuell andere psychologische Prädispositionen mitbringt und auch jeder anders die Medien nutzt. Also bringt uns dann dieser Zweig der Medienwirkungsforschung überhaupt noch etwas? So, hier vielleicht jetzt noch abschließend, dann wird es schon auch wieder ein sehr langer Blick auf den Bereich der Medienwissenschaften. Eigentlich ist der Bereich der Kommunikations- und Medienwissenschaften sehr interdisziplinär aufgestellt. Ich habe Ihnen jetzt exemplarisch mal diese nicht von mir stammende Typologisierung und das herausgegriffen, um zu zeigen, wie stark das eben doch auch in andere Bereiche hineingreift, also sowohl in die Wirtschaftswissenschaften als auch die Soziologie, die Psychologie und die, soweit man sie davon abtrennen will, auch die Hirnforschung, die immer wichtiger wird, auch für die Erklärung von Kommunikationsphänomenen und dergleichen mehr. Also es ist interdisziplinär. Also jetzt ich, der ja eigentlich von Haus aus Jurist ist, könnte noch die Rechtswissenschaften hinzunehmen, soweit wir uns um das Medienrecht kümmern, vielleicht auch als Hybrid oder Teil zwischen Medienwissenschaft und Medienrecht. So, und schließlich finden Sie ja bei der Gesellschaft für Medienwissenschaft auch so ein Selbstverständnis, dass dort bulletpointartig auf der Webseite wiedergegeben wird und das habe ich Ihnen jetzt hier auch mal mit aufgenommen. Sie finden es aber auch auf der Seite der GFM selber. Was ist so das Selbstverständnis der Medienwissenschaftler, was sie eigentlich machen wollen? Und im Grunde kann man sagen, es ist die wissenschaftliche Befassung mit allen denkbaren Phänomenologien im Zusammenhang mit Medien, in all seinen Implikationen, politischer, ökonomischer, rechtlicher, pädagogischer oder sonstiger Natur. So, jetzt vielleicht noch so ein kleiner Anstoß am Ende, weil ich nicht weiß, ob ich das nochmal aufgreifen kann. Ich hatte das vorhin schon eingangs erwähnt. Eine sehr spannende Frage zurzeit und eine, die aus meiner Sicht noch von der Wissenschaft zu wenig aufgegriffen worden ist, ist die Frage, was ist eigentlich Immersion? Also das wäre so etwas als Nachklapp zu der Disziplin Medienwirkungsforschung, wo man sich fragen kann, wie können wir vielleicht mal erst mal als Ausgangspunkt für künftige Forschung besser bestimmen, was Immersion als solche überhaupt ausmacht. Also wir sind wieder hier im Themenfeld der Virtual Reality, der Augmented Reality, dem Verschwimmen von Realgegenwärtigkeitswahrnehmung und medialer Gegenwärtigkeitswahrnehmung, das Eintauchen sozusagen in mediale Welten. Das ist ja so ein bisschen die Faustformel der Immersion. Aber was bedeutet das jetzt sozusagen in Konkreto? Also können wir irgendwie einen Immersionswert messen? Ist der Immersionswert bei VR-Darstellungen etwa 7,0, wohingegen er bei zweidimensionalen Filmen, die sie über den TV-Screen wahrnehmen, vielleicht nur bei 3,2 liegt? Kann man das so quantifizieren? Kann man Immersion derart wissenschaftlich zerteilen und klären, dass man es dann zuordnen kann? Und was ist das Maximum an Immersion? Ist es dann, wenn wir es für Realität halten, sozusagen das Maximum an Immersion? Das scheint mir eine sehr wichtige Aufgabe zu sein, auch angesichts der Entwicklungen, die wir im Bereich der VR haben. Und hier ist aus meiner Sicht erst mal noch Pionierarbeit zu leisten. Also schauen Sie hier mal auf einen der ersten Filme von den Gebrüdern Lumière, der einfahrende Zug in Las Jotas, also etwa so 1895 herum, wo ja historisch nicht exakt bewiesen, offenbar die Cinematografie-Zuschauer, die zum ersten Mal in diesem Kinowal waren, dachten, der Zug fährt aus der Leinwand. Ja, also hier sehen Sie eben diesen einfahrenden Zug und es war noch keine Medienkompetenz aufgebaut für Cinematografie. Und es soll so gewesen sein, Wissenschaftler wie Läuberdinger bezweifeln das ja, dass dann viele Panik bekommen haben. Ist das dann auch schon Immersion? Also ist das schon etwas, was wir unter diesem Aspekt kennen? Und so wie wir heute über die Zuschauer von damals und Zuschauerinnen lachen, die da Panik bekommen haben, lachen in 100 Jahren die Leute über uns, die bei VR-Brillen-Environments jetzt plötzlich sich komplett gefangen nehmen lassen und das Knie hochziehen, wenn ein virtueller Hai nach ihnen schnappt, lachen in 100 Jahren die Menschen über uns, so wie wir heute lachen über die, die damals über die ersten Cinematografie-Eindrücke so beeindruckt waren, dass sie es für Realität hielten, sofern dies der Fall war. Ich muss das auch immer wieder sagen, hier kann ich Sie vielleicht verweisen auf die wissenschaftliche Arbeit, etwa von Martin Läuberdinger zur Frage, ob das tatsächlich so war mit dieser Panikreaktion des Auditoriums. Auch Läuberdinger kann jetzt nur nicht das Gegenteil beweisen, wir wissen es halt eigentlich im Grunde nicht, aber ich finde es als Denkmodell im Hinblick auf die Immersion schon mal sehr spannend. Ebenso die Frage, ob wir überhaupt Immersion gleichsetzen können mit Realitätsakzeptanz. Wenn das so wäre, heißt das dann etwa, dass zum Beispiel Träume auch eine Realitätsakzeptanz im Sinne einer Immersion werfen. Ist es also gar nichts, was medial, artifiziell ist, sondern etwas, was wir auch aus anderen Wahrnehmungserscheinungsformen wie eben Träumen herkennen. Also auch das wäre eine interessante Frage. Wahrscheinlich müssten wir da auch in die Hirnforschung gehen, müssten uns anschauen, wie funktioniert das eigentlich mit Realitätsakzeptanz im Bereich der dorsalen Frontalkortex. Also müssen wir eigentlich erst mal uns die Frage als Hirnforscher vorlegen, um dann überhaupt Erkenntnisse gewinnen zu können, was mediale Gestaltungsformen angeht und so weiter. Ich will das gar nicht weiter ausführen, um mich nicht zu verlieren in diesem Bereich der Immersion. Es soll ja nur exemplifiziert sein. Ein Beispiel dafür, was wissenschaftlich und medienwissenschaftlich vor allem zukünftig in den Fokus wissenschaftlicher Betrachtung geraten könnte. Das soll es erst mal gewesen sein mit so einem im Prinzip so einem Roundup, so einem Überblick über das, was Medienwissenschaft ist und was es sein kann. Und wir werden uns jetzt im nächsten Kurs erst mal mit einer weiteren Teilfrage befassen, nämlich mit der Teilfrage, was ist Kommunikation? Also eine unserer Lehreinheiten ist ja oder der Lehrveranstaltung ist ja Kommunikation und Medien und das habe ich nun allgemein genommen auch für den ganzen Medienteoriekurs uns erst mal mit der Frage der Kommunikation zu beschäftigen, weil es doch die kleinteiligere Vorfrage auch im Hinblick dann auf die Medien ist und dann später mit der Medienontologie, mit dem Medienbegriff und mit den weiteren medienwissenschaftlichen Disziplinen. Das wäre mein Vorschlag. Zunächst werden wir uns also im nächsten Kurs mit der Frage der Kommunikation befassen. Bis dahin.